Liebe Saarländerinnen und Saarländer, weltweit, bei unseren Nachbarn und ja, auch bei uns im Land steigen die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie wieder an. Wir hatten Anfang Juli etwa zehn aktiv infizierte Menschen in unserem Land. Heute sind es schon über 100. Diese Zahlen an sich, sie sind nicht dramatisch. Was mir aber Sorgen bereitet, ist der stetige Anstieg. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann kann es sehr schnell wieder eine Situation wie im April geben. Und wir alle haben, glaube ich, das größte Interesse daran, dass ein weiterer Lockdown vermieden wird. Er hätte dramatische Folgen für unsere Wirtschaft. Er hätte dramatische Folgen für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt endlich wieder in die Schule gehen können und einen weitgehend normalen Unterricht bekommen können. Und deshalb sage ich auch ganz deutlich, ich habe kein Verständnis für die allzu Sorglosen. Ich habe kein Verständnis für die unvernünftigen Menschen, die jetzt glauben, alles sei vorbei und man könnte sich wieder so verhalten wie vor der Pandemie. Und auch deshalb können wir uns jetzt keine weiteren Lockerungen erlauben, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden. So sehr wir uns alle unser normales Leben wieder zurücksehen, es ist eben jetzt noch nicht so weit. Und es gilt umso mehr, dass wir in der Öffentlichkeit, etwa im Bus oder im Lebensmittelgeschäft, eben unsere Masken tragen müssen. Es ist mein dringender Appell, halten Sie sich weiter an unsere Corona-Regeln. Tragen Sie Masken, halten Sie Abstand und seien Sie weiter achtsam und vorsichtig. Nur wenn wir uns an diese Regeln halten, wenn wir weiter jetzt zusammenhalten, dann können wir auch bald wieder zuversichtlich sein, dass wir durch diese Pandemie gut kommen werden. Dafür möchte ich mich jetzt schon bedanken, dass Sie sich das zu Herzen nehmen. Und dann können Sie sich das zu Herzen nehmen.